Liebe Freunde von Promi Geflüster, wieder einmal habe ich einen lieben Musikkollegen sozusagen an meiner Seite, den Jay Alexander und gerade eben haben wir noch ganz kurz philosophiert und nachgedacht, wann eigentlich Marschall und Alexander gestartet sind. Das war 1998 und da sind wir uns als erstes Mal begegnet. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, wieder mal dabei zu sein. 1998, gut recherchiert und das war, wenn ich mich richtig erinnere, auf Lanzarote. Genau und da haben wir gleich, dann können wir einen guten Einstieg machen, denn weißt du, was auf Lanzarote für eine Serie gedreht wurde? Also ich könnte mich jetzt komplett dumm stellen, aber ich weiß es natürlich, denn da lief meine Lieblingsserie Tim Thaler mit dem wunderbaren Tommy Orner und da habe ich keine Folge verpasst, das war allerdings schon 1979. Genau, so ist es und das war auch noch so schön zu den Weihnachts-, Vorweihnachtszeit, also da gab es die Serien alle. Absolut, ich war acht Jahre alt, habe keine Serie oder keine Folge, sagen wir mal, verpasst und es war sogar so, dass man, wenn man einen Termin hatte mit dem Kumpel auf dem Fahrrad oder irgendwo auf dem Spielplatz war, keine Ahnung, wo wir uns rumgetrieben haben, dann hat man sich auf den Weg gemacht, weil man wusste, jetzt fängt die Serie an, man durfte keine Folge verpassen, weil nachmittags gab es ja keine Sende, war ja Sende Schluss, da gab es dann nur noch diesen wunderbaren Pfeifton, den kennt man heute nur noch als Tinnitus und es ist eigentlich ein Wahnsinn, wie sich das verändert hat und jetzt mittags bis nachts, es läuft ja rund um die Uhr ein Programm, wir hatten keinen Videorekorder, wir hatten keine Festplatte, um das aufzuzeichnen, du warst also quasi gezwungen, genau just in dem Moment, als die Sendung lief, vor dem Fernseher zu sein. Also das war schon sehr spannend, manchmal auch nervenaufreibend und nicht nur für uns Konsumenten, sondern auch für die Eltern. Genau, aber um Serien geht es heute ein Stück weit, also Serien aus den 80er Jahren, ein Stück weit auch noch 70er, 70er, 80er hauptsächlich, genau, da gab es wirklich Kult-Sende und wer erinnert sich nicht noch an die schönen Serien, was damals im ZDF oder ARD, überhaupt im Fernsehen, ARD, ZDF, mehr hat man ja damals auch noch nicht gehabt, alles gelaufen ist und die Serien, die Titelmelodien hast du dir jetzt wieder vorgenommen, die es damals gab und hast das Ganze mit eigenen Texten sozusagen wieder auf CD gebrennt. Kurze Korrektur, eigene Texte sind es nicht, ich habe mir professionelle Hilfe an meine Seite geholt und zwar mit Ivanka von Wilmsdorf, eine wunderbare Frau aus Hamburg, die hat ganz fantastische Texte für diese einzigartigen Melodien geschrieben, da bin ich sehr dankbar, denn es ist tatsächlich so, dass wir auch zwei, drei Arztserien dabei haben, allen voran die Schwarzwaldklinik, den Landarzt, den Bergdoktor, jetzt kann man natürlich nicht den Text auf ein Gipsbein oder ein Blinddarmdurchbruch oder sonst irgendwas beziehen. Oftmals war es ja so, dass die Ärzte ganz, ganz oft außerhalb der Praxis praktiziert haben, wenn sie sich um die Seelen und um die Herzen ihrer Patienten gekümmert haben, da hatte ich mich oftmals gefragt, wann haben die eigentlich noch in ihrer Praxis praktiziert, wann haben die eigentlich mal Geld verdient, weil da ging es eigentlich nur letztendlich um ein Ohr für den Patienten zu haben und ob das Freunde fürs Leben war mit Michael Lesch, Carsten Speck und Bernd Herzsprung und viele andere. Das waren lauter erfolgreiche Sendungen, die lief dann allerdings in den 90er Jahren, also es geht auch bis in die 90er Jahre rein und immerhin haben es letztendlich von 24 Serien, 12 auf die CD geschafft. Das war also eine harte Auswahl. Viele Serien haben sich auch nicht geeignet, muss man sagen. Also wir hatten zum Beispiel Serien wie Ich heirate eine Familie zum Beispiel. Da hat man einfach gesagt, nee, das können wir so nicht umsetzen und dann haben wir es gelassen. Also zwölf Titel sind, glaube ich, richtig gut, knackig und sehr sexy. Sehr gut. Ich wollte jetzt eigentlich auch vorhin gar nicht sagen eigene Titel, sondern einfach mit neuen oder überhaupt mit Texten versehen. Ja, das ist schon eine kleine Weltpremiere, denn die meisten Serien-Hits, Film-Hits, gab es eigentlich ja in Anführungsstrichen nur als Instrumentalversion. Da hat es unglaublich viel schöne Musik gegeben von Christian Brun, von James Last, unserem lieben Hansi, Gott habe ihn selig. Das sind so tolle, großartige Melodien und die haben förmlich danach geschrien, dass man mal einen Text drauf macht. Und jetzt ist es soweit mit Serien-Hits am 3. Mai in allen Läden zu haben. Ich bin mal gespannt auf die Reaktion des Publikums. Ich auch, also meine Erinnerungen werden auf alle Fälle wachschauen, allein wenn man die Melodien wieder erkennt. Eine ist auch drauf, Derrick. Was gibt es da für einen Text dazu? Geht es da jetzt dann mehr um Drama, Mord und Totschlag? Ich weiß es noch genau, es war vor vielen Jahren, er stand so in der Tür, stumm und mit strengen Haaren. Ich weiß es noch wie heut, den kriegte keiner klein. Er sagte, wer nach Wahrheit sucht, muss mitten im Leben sein. Das ist zum Beispiel der Titel, Mitten im Leben. Wir haben uns überlegt, was könnte man für ein Krimi-Thema oder für ein Polizeithema aufgreifen. Das wäre alles albern gewesen. Also haben wir uns daran gemacht, oder es war eigentlich die Vorgabe für Jovanka von Wilmsdorf, dass sich die Person, Derrick, also Stefan Derrick, alias Horst Tabbert, ein bisschen genauer ansieht. Und sie hat ihn eigentlich beschrieben, wie er war vom Typ. War eigentlich eine arme Socke in den ersten Folgen, aber hat er noch oftmals ein Bier getrunken und auch mal geraucht. Das hat sich dann in den weiteren Folgen verflüchtigt. Er hat dann nur noch Wasser getrunken und Kaffee. Und man hat ihm in den ganzen Serien oder in den ganzen Folgen, das weiß ich nicht, wie viel das war, war ja weltweit ein Riesenerfolg, hat man ihm ganze fünf Frauen mal zur Seite gestellt. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Man wusste allerdings nie, ob seine Tränensäcke größer waren oder sein Trenchcoat. Also meins Privatleben war meistens eher ein bisschen Randnotiz sozusagen. Ganz anders sah es da natürlich auch in der Schwarzfragenklinik, aus die Beziehungen und so weiter mit den Ärzten, mit den Krankenschwestern und so weiter. Da gab es natürlich auch einigen Stoffen. Auch eine meiner Lieblingsserien gewesen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 30 Millionen Zuschauer pro Folge in den 80er Jahren, das schafft Sat.1 noch nicht mal im ganzen Jahr heute. Und das ist schon famos, wenn man das so überlegt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer saßen vor dem Fernseher, haben zugeschaut, wie Professor Brinkmann, alias Klaus-Jürgen Busu auf Visite ging, wie Schwester, wie hieß sie nochmal nicht, also Gabi Dom, aber Schwester Christa, ihm das Stethoskop reichte. Und der Sohn Udo, Dr. Udo Brinkmann. Boah, ich kriege es ja einfach zusammen. Sascha Hinn. Sascha Hinn. Sascha Hinn war ja quasi der Bachelor der 80er Jahre, muss man neidlos anerkennen. Und das war auch immer so ein Ding, er hat sich mit seinem jugendlichen Schwung in sein weißes Ware, weißes Erdbeerkörbchen-Cabrio, gehievt und geschwungen. Und das sind so Erinnerungen. Und überhaupt die 80er Jahre, die Schulterpolster und die viel zu engen Röhren-Jeans. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt in den Stimmbruch gekommen bin. Ich war ja dann nochmal dabei, als die Neuverfilmung dann nochmal kam, oder die neue Generation der Schwarzwaldklinik bei den Dreharbeiten. Es war dann schon auch interessant zu sehen, wer noch alles damals dabei war. Wenn man heute zurückblickt, leben schon viele leider nicht mehr. Das ist richtig. Ich meine, es haben viele Millionen von Menschen geschaut und es sind ganze Heerscharen ins wunderschöne Glottertal gereist, um einfach mal die Schwarzwaldklinik live zu erleben. Ja, und ich weiß, Klaus-Jürgen Wusow, ich habe ihn mal kennenlernen dürfen bei einer Party, das ist schon lange, lange her. Da hat er mir mal gesagt, dass es ganz oft der Fall war, dass die Menschen ihn angesprochen haben auf der Straße, weil sie dachten, es wäre tatsächlich ein richtiger Arzt, ein richtiger Mediziner. Das ist schon witzig. Klar, das war auch so eine Produktion von Wolfgang Rademann seinerzeit, der einfach auch schöne Plätze ausgesucht hat, also mit den Geschichten in Verbindung gebracht. und das war so das Erfolgsrezept des Ganzen. Absolut, es war ja neu. Es gab bis dato nichts Vergleichbares und dann natürlich ein Stück weit die heile Welt des Schwarzwalds, mir natürlich auch vertraut. Ich lebe ja quasi sozusagen am Tor des Nordschwarzwaldes und das ist schon eben dann den Klinikaufenthalt auf der einen Seite, auf der anderen Seite das schöne Hüsli, sein Privathaus, was ja heute ein Museum ist. Also war es sehr erfolgreich. Wo auch natürlich vielen immer noch hinblickend, ich weiß, da gibt es auch schon seit Jahren immer ein Fantreffen von einer Familienserie, die im Hessischen gespielt hat. Darmstadt? Ja, ich sage nur die Trombuschs. Richtig, genau, mit dem Onkel Ludwig. Der Onkel Ludwig, wunderbar gespielt vom großartigen Günter Strack, auch er, Gott habe ihn selig, ganz fantastisch. Vita Pohl in der Rolle der Vera Drombusch, das Familienoberhaupt. An ihrer Seite ihr Mann Sigi, gespielt von Hans-Peter Korf, der dann verstorben ist und Vita Pohl. Aber nur in der Serie verstorben. Ja, richtig, um Gottes Willen. Ich sage ja, der dann verstorben ist, also in der Serie natürlich. Und sie musste dann quasi das Leben weiterführen und sie machte kein Hehl daraus, dass das nicht ganz einfach war. Und tatsächlich an ihrer Seite Günter Strack und Marion Drombusch, gespielt von Sabine Kark. Also einmalig. Und was war das Erfolgsrezept? Das Erfolgsrezept war, dass eigentlich, es war das Leben einer deutschen Durchschnittsfamilie. Und vielleicht durch dieses natürliche Spiel und es wurden Themen, sozial kritisch, es wurden einfach Themen aufgegriffen, die unser Leben alle tangieren. Und deswegen war das auch so erfolgreich. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, man konnte dem Nachbarn in Echtzeit beim Leben zuschauen. Das ist es, glaube ich. Und das war auch neu in der Fernsehlandschaft, in der Serienlandschaft. Und das lief ja auch mit einem riesen Erfolg. Also ich habe es gern geguckt. Ich auch, ganz genau. Also viele Sachen, die du da drauf hast. Und natürlich sind es jetzt noch ein paar Serien, die es auch heute ja noch gibt. Also wenn man so dran denkt, Bergdoktor, natürlich in anderer Besetzung, ganz klar. Ich habe es ja noch mit dem Gerhard Lippert gesehen. Und dann hat es mal der Harald Grasnitzer auch übernommen. Und heute ist es ja der Hansi Siegel. Und ich kann ruhig sagen, also mit meiner Tochter, die ist zehn Jahre, die Johanna, mit der gucke ich das regelmäßig. Und muss sagen, das ist auch nach wie vor ein guter Stoff. Und ich mag das sehr. Und wenn es die Leute nicht lieben würden, dann würde es diese Serien, diese Sendungen gar nicht geben. Da schauen, glaube ich, momentan sieben Millionen zu, was ja auch noch eine richtige stolze Menge ist. Aber das ist schon schön, wenn man so ein bisschen das reflektiert. Das wurde mir auch bewusst bei den Aufnahmen zur CD. Ja, wie viel Zeit verstrichen ist, gerade zwischen Timthaler, Schwarzwaldklinik und den Drombuschs. Was hat man da für Situationen im Leben erlebt? Ja, Stimmbruch gekommen, Mofa-Führerschein gemacht, ja, Berufsschulabschluss. Und vielleicht auch gerade am Anfang des Studiums gewesen, um einfach mal abends ein bisschen runterzukommen, hat man sich dann halt einfach eine Serie reingezogen. Und das ist schon bemerkenswert, wenngleich sich das heute auch so ein bisschen geändert hat. Eben durch die Netflix-Guckerei und YouTube. Also mein Sohn, der ist jetzt zehn, der schaut eigentlich ausschließlich YouTube und pickt sich so seine Moves da raus, was er da anschauen will. Da hat sich doch einiges geändert. Aber auf YouTube und auf den anderen Kanälen, da kann man durchaus so die alten Serien auch wieder finden. Traumschiff ist auch nach wie vor noch ein Dauerbrenner, der immer wieder zu Weihnachten und Ostern über den Bildschirm flimmert sozusagen. Absolut. Und warum ist das Traumschiff so erfolgreich? Natürlich, die Zuschauerinnen und Zuschauer werden mitgenommen auf eine Reise. Es geht natürlich um das Seelenleben. Und jeder der Passagiere, die da an Bord gehen, jeder hat seine Sorgen und seine Nöte, wie wir alle. Und man hat so auch die Möglichkeit, auch die Menschen, denen es nicht vergönnt ist, mal auf so einen Luxusdampfer zu gehen, auch mal an die ganz entlegensten Orte dieser Welt zu reisen. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept. Und, glaube ich, das muss sich auch nicht, fünf verschiedene Schiffe sind es mittlerweile, die die Traumschiffsserie verschlungen hat. Ich glaube, aktuell ist es die MS Amadea und natürlich genauso viele Kapitäne. Siegfried Rauch und Heinz Weiß. Also es war schon, ich glaube, 1981 war die erste Folge mit den Vorbildern Love Boat oder, 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 oder wie hieß die andere, in der DDR war es ja zur See. Da ging es dann um eine deutsche Handelsschiff-Geschichte. Und es ist schon spannend, was sich da so abspielt. Ich weiß noch, gerade weil wir vorhin Sascha Hehn erwähnt hatten, der ist mal vom Achterdeck. Das sind bestimmt zehn oder zwölf. Ich erinnere mich. Ja, da ist der runtergesprungen. War er selber oder war es ein Drupel? Das möchte ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber auf jeden Fall hat er seine weiße Hose angehabt. Und ich weiß nicht, ob das den Haien so gut gefallen hat. Also er hatte Glück. Auf jeden Fall ist er der Iris Berben entgegengeschwommen. Die ist in einem Ruderboot oder in einem Rettungsboot saß die und er ist ihr entgegengeschwommen. Naja, vielleicht hat man ihn deswegen dann zum Kapitän befördert. Ja, ja, klar, irgendwann. Aber jetzt hat er ja schon wieder abgedankt und in seine Fußstapfen als Nachfolge tritt ja jetzt wohl mit den neuen Folgen Florian Silbereisen. Ja, da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein. Richtig. Kein Blatt vor den Mund. Also ein Kapitän muss für mich schon etwas, ein bisschen was Väterliches haben, auch etwas Beschützendes. Und ich weiß nicht, ob, also nichts gegen Florian. Ich kenne ihn gut und auch schon viele Jahre. Aber in dieser Rolle sehe ich ihn wirklich nicht. Ich glaube, das sind viele unserer Zuschauer, unsere Meinung oder deiner Meinung, wie auch immer. Also ich denke auch so. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Thema, dass die Fernsehsender, gerade das Öffentlich-Rechtliche, oftmals alles so verjüngen wollen. Auf den Teufel komm raus. Und die jungen Leute schauen deswegen nicht mehr, die schalten nicht mehr ein. Also die haben ganz andere Foren, das haben wir ja vorhin schon besprochen. Und es wird so manchmal ein bisschen an der Zielgruppe vorbei produziert, habe ich das Gefühl. Also vielleicht habe ich auch Unrecht, aber das ist mein persönliches Empfinden. Gut, da können wir leider ja nichts ändern. Aber wo wir was ändern können, ist die Musik, die du ja bringst. Und nach wie vor mit entsprechendem Klang und mit deiner Stimme gibt es natürlich wieder eine tolle Produktion. Bin ich mir sicher. Ja, ich hoffe schon, dass es gefallen wird. Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt. Wir haben über ein Jahr die Rechte eingeholt. Das war gar nicht so einfach. Und wir haben eigentlich jede Serie, die wir wollten, bekommen. Außer der Lindenstraße. Herr Geisdorfer wollte das nicht. Muss man respektieren, muss man akzeptieren. Okay, ist alles okay. Wäre aber eine sehr schöne Nummer geworden. Hätte so ein bisschen die Anmutung von Peter Alexanders kleiner Kneipe gehabt. Also wäre auch eine schöne Farbe gewesen. Aber So What ist jetzt eben nicht dabei. Aber sonst hatten wir Glück. Klaus Doldinger und wie sie alle heißen, Christian Brun, egal die Nachfolger von James Last, die das alles übernommen haben, jetzt haben alle gesagt, es ist eine großartige Idee. Wir sind dabei, wir unterstützen dich dabei. Hat lange gedauert. Das wissen wir alle. Wenn du eine Mail schreibst, kriegst du nicht sofort eine Antwort. Das dauert dann oftmals ein bisschen länger. Und ich bin sehr froh gewesen, als wir dann alles im Sack hatten. Tatsächlich. Und René Mökel, der Produzent des Ganzen, hat dann gemeinsam mit der Vogtland-Philharmonie in Greiz die Aufnahmen geleitet und hat auch die Arrangements geschrieben. Es war uns wichtig, dass wir die Musik jetzt nicht neu erfinden, sondern das Neue daran ist ja einfach nur die Texte. Und eben mit meiner Stimme, das hat dann auch mal einfach so die Note. Und das ist eigentlich das Neue daran, dass es einfach mit Texten versehen ist. Also ich denke mal, es gibt bestimmt vielleicht eine Fortsetzung, weil Serien gibt es ja ohne Ende noch. Ja, vielleicht auch mal in internationalen Gewässern. Da könnte man Dallas oder Denver Clan mal vorgreifen. Da wird es heftig. Also gerade was die Rechte anbelangt, da können da mal schnell Jahre und sehr viel Geld ins Land ziehen. Reizvoll ist es allemal. Also ich bin der Mann der Nische, das weißt du am besten. Du hast das vom ersten Album, das ist das sechste Solo-Album. Und das letzte Album, Schön ist die Welt, hat sich ja mit den 30er, 40er Jahre, 50er Jahre Filmtiteln beschäftigt, was Gott sei Dank auch ein großer Erfolg war. Und da hast du nicht zu guter Letzt auch großen Anteil daran getragen. Ich möchte mal an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön sagen, auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer deiner Sendung, deiner Formatis. Wir waren zwölf Wochen auf Platz 1 in den deutschen Klassik-Charts. Das war schon eine schöne Erfahrung. Und ich hoffe, dass das neue Album auch so angenommen wird und dass sich ganz viele Menschen wieder darin finden in der Musik und in ihrem persönlichen Leben. Also in Kindheit, Jugendzeit. Und so hat ja jeder so sein Steckenpferd, seine Lieblingsserie. Und es sind Lieder, die wir alle lieben, die wir kennen. Es sind alles gelernte Melodien, wenn man das so möchte. Und letztendlich begleiten sie unser ganzes Leben. Ganz genau, so sieht es aus. Richtig. Aber du hattest vorhin, glaube ich, eine Serie erwähnt, wo es mit dem Text wohl schwierig gewesen wäre. Ich heirate eine Familie, gell? Das war nicht mal ein textliches Problem, aber oft ist es auch die Musik gewesen, die dann einfach zu gefällig, zu... Ja, also es ist dann als Instrumental ganz nett. Und wenn man dann auch noch die Bilder dazu im Fernsehen hat, auf dem Bildschirm, dann transportiert das was ganz anderes. Aber für uns ist ja die Schwierigkeit, dass wir Lieder produziert haben und wir haben nicht dabei eben gleich die Bilder gleichzeitig. Du hörst es ja quasi nur. Und da lag eigentlich die Schwierigkeit. Nee, weil es gab ja da schon einen Text mal drauf auf die Melodie. Wusstest du das? Nee, musste ich tatsächlich... Peter Alexander, unser altes Haus. Unser altes Haus. Sieht noch wie früher aus. Ja, naja, siehst du mal. Also dann bin ich ja... Das war ziemlich zeitnah damals. Okay, siehst du, ich lerne immer auch wieder dazu und ich habe viel recherchiert. Aber das ist ja echt witzig. Peter Alexander, tatsächlich, kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, warum nicht? Genau, so kann es gehen, genau. Und wie gesagt, Anfang Mai, genau das Datum, sag es nochmal. 3. Mai kommt es in den Laden. Das ist ein Freitag. Und ich kann nur jedem empfehlen, kauft die CD oder hört sie euch an. Einfach hört die Musik, schwelgt in Erinnerungen. Ich bin überzeugt, ihr werdet ganz viel Freude haben. Genau, und vielleicht kommt der eine oder andere wieder auf den Geschmack und kauft sie vielleicht auch eine DVD von der einen oder anderen Serie. Ganz genau. Oder er besucht sogar ein Konzert von mir, also in der Sendenähe, sage ich jetzt mal, Sendenähe. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also in der Region sind wir in Leonberg am 18. Mai und dann in Rastatt am 19. Mai, einen Tag später. Und alle anderen Termine, die so drumherum stattfinden, kann man auf deiner Homepage nachlesen. Natürlich, www.jalexander.de Ich glaube, da haben wir alles drin. Wir schauen noch ein bisschen weiter Fernsehen in den Archiven, würde ich sagen. Und nun wünschen wir den Zuschauern einen schönen... Euer Frank Stiller und... Jalexander. Bis zum nächsten Mal.